Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Blut aus einem Knochen anzunehmen bei Bavuni in Draka. In Maldraxxus sitzt es Primus an dieser Position. Vor Quest war Ehrenplatz. Mit dieser Quest hat man das Kapitel 6 der Nequolords Kampagne abgeschlossen und mit diesem hier beginnt normalerweise das siebte bzw. ist so eine Zwischenquest, denn bei dieser Quest müsst ihr eure Ruhmstufe erhöhen. Nehmt sie an und wie ihr seht, bei mir ist die Quest gleich zur Abgabe. Das liegt daran, dass ich schon Ruhmstufe 19 habe. Damit ihr diese Quest abgeben könnt, müsst ihr vermutlich die Ruhmstufe erhöhen bis 17. Dann könnt ihr Nequolords Kampagne, der Sold der Sünde starten, das ist das siebte Kapitel. Und wenn man hier reinschaut, ist der Sold der Sünde jetzt bei mir weiß hinterlegt. Heißt, diese Quest gehört, ich würde mal sagen eindeutig, schon zum siebten Kapitel der Nequolords Kampagne. Da ich jetzt schon auf Stufe 19 bin, kann ich sie auch abgeben. Ich hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonnier Knopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. Eizocke Ende